Keine Lüge, er will aussteigen. Wolfgang Petri. Und man hat mir gesagt, aber nicht unbedingt in diesem Jahr, die Fans sind schon sehr erschrocken, vielleicht auch ein Jahr später, möchte er nämlich gerne mit ganz geringem Mittel mal um die Welt reisen, aber 1996, da will er nämlich Jubiläum feiern, es gibt ihn 20 Jahre bereits auf Platte. Und er sieht immer noch gut aus. Und deswegen hat er gesagt, am allerliebsten, hier bei uns in der ZDF-Feed-Parade im August, tolle Geschichte, Wolfgang, ich zähle auf dich, das werden wir sehen. Alles andere hat er nämlich gesagt, ist ihm scheißegal. Wolfgang Petri, die Sex. Das ist mir scheißegal. Ich spür dich Stück für Stück in jedem Augen. Das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt und nimm dich einfach. Es geht für dich, mein Leben, wenn ich dich nur haben kann. Dafür steh ich gerade, dafür würde ich lebensnah. Das ist mir scheißegal. Du bist mehr als nur ein Traum, die pure Fantasie. Seit Tagen steh ich vor deiner Tür. Der Mond ist heute voll und leider bin ich's auch. Heute Nacht werde ich zu dir. Und immer wieder werde ich dich dann zusammen mit anderen sehen. Dann geht es mir richtig gut, doch ist gut so weh. Das ist mir scheißegal. Ich spür dich Stück für Stück in jedem Augenblick. Das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt und nimm dich einfach. Es geht für dich, mein Leben, wenn ich dich nur haben kann. Dafür steh ich gerade, dafür würde ich lebensnah. Das ist geil hier. Und immer wieder werde ich dich dann zusammen mit anderen sehen. Dann geht es mir richtig gut, doch ist gut so weh. Das ist mir scheißegal. Ich spür dich Stück für Stück in jedem Augenblick. Das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt und nimm dich einfach mit. Es geht für dich, mein Leben, wenn ich dich nur haben kann. Dafür steh ich gerade, dafür würde ich lebensnah. Das ist mir scheißegal. Ich spür dich Stück für Stück in jedem Augenblick. Das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt und nimm dich einfach mit. Es geht für dich, mein Leben, wenn ich dich nur haben kann. Dafür steh ich gerade, dafür würde ich lebensnah. Das ist mir scheißegal. Ich spür dich Stück für Stück in jedem Augenblick. Das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt und nimm dich einfach mit. Vielen Dank. Vielen Dank.